Moin Leute, Trimax hier. Es gibt ein großes Fortnite-Lego-Update. Heute ist internationaler Star Wars-Tag. Wir hatten damals ja schon mit einer LAN-Party gezockt, ultra doll das Game komplett durchgegrindet. Jetzt gibt's endlich neuen, geilen Content. Man baut in dem Game ja eine Basis auf und hier kann man jetzt zum Beispiel einen Rebellenstützpunkt aufbauen. Es gibt aber auch was wie Laserschwerter, neue Items, Waffen, neue Gegner, Kreaturen, NPCs, alles Mögliche, Ressourcen. Das werden wir gleich alles sehen. Wir starten eine neue Welt zusammen mit G-Time, Fabo und Noreax. Denkt natürlich an meinen Crater-Code. Klar, hier, Shop, Save. Gibt's ja auch nicht nur in Fortnite, sondern auch in Lego Fortnite. Denn, Trimax, zack, eingegeben. Hält 14 Tage. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der das supportet. Es gibt auch einen Lego-Pass. Der obere Teil ist, glaube ich, Free-to-Play und der untere ist Premium. 1.400 V-Bucks. Oh, da ist ein Chewbacca drin, ziehe ich mir. Den hole ich mir. 1.400 habe ich noch, ja. Sowohl in Fortnite als auch in Lego Fortnite. Ja, okay, das ist geil. Machen wir ausrüsten. Den nehmen wir direkt. Ah, der hat auch sein Emote. Muss ich auch auswählen. So, kann ich den Lego-Pass auch durchplayen? Ne, ich muss so oder so die Noppen zeigen, ne? Das ist nicht wie im normalen Pass, wo ich einfach mit V-Bucks das Level hochballern kann. Ich bin aus... Oh Gott, der hat mich total verklinkt. Ich bin total im Shop gelandet. Oh nein. Ui, ui, ui. Ich habe nichts, ich habe nichts gedrückt. Das Video ist sogar gesponsert von Epic Games. Vielen, viel Dank und euch dann viel Spaß mit den Highlights. Wir starten bei dem Grasland. Okay, da seid ihr alle. Wo bauen wir unsere erste Basis hin? Wir müssen dann auch einen Rebellenstützpunkt finden und so, ne? Jetzt haben wir doch erstmal Essen, weil Essen ist hier immer ein großes Problem. Ich habe erstmal richtig viel Essen. Lasst uns einen geilen Spot finden, wo wir eine Base bauen können. Ich glaube, dann kommt der früher oder später eh zu uns. Ja, schlag auf die Kuh ein. Ja, über die Kuh. Hey. Oh, Fleisch. Nice. Magst du euch zu, dass er damals so auf dem Dorf irgendwie auf so Weide gegangen ist und eine Kuh geschubst hat? Nein. Max hat ganz andere Sachen geschubst. Ach ja, so viele Bäume sind hier nicht in der Nähe. Wir können doch rumziehen. Richtung Wald, oder? Okay, komm. Weil wir viel Holz brauchen, ne? Ja. Ich glaube, wir haben erstmal eine Axt und eine Picke. Ich habe noch drei Holz. Ich habe noch drei Holz. Ja, jetzt haben wir erstmal alle schon mal Werkzeuge. Geil. Fünf Knoppen erhalten. Ah, okay. Ja, ne? Ich finde hier cool. Hier, wo ich jetzt stehe, mache ich, ja? Jo. Okay. Lagerfeuer steht. Werkband steht. Bett ist da. Bett war doch auch wichtig, oder? Könnten wir damit die Nacht skippen, ja, ne? Nee. Dorfplatz, da ist es. Das müssen wir bauen. Ihr müsst einfach rübergehen in den Außenposten etablieren. Meine Staffel ist gerade in der Wildnis verstreut. Wir brauchen einen sicheren Ort, um uns zu sammeln. Ich möchte, dass du dich mir anschließt. Nimm dieses Makrofernglas. Es hebt wichtige Orte hervor, zum Beispiel die Höhle, durch die du unser Außenposten erreichst. Triff mich dort. Ja, wir nehmen alle Ressourcen mit. Bauen wir uns jetzt das Makro... Was ist das? Schraubenschlüssel? Krass. Es gibt echt viele neue Sachen. Da, Makrofernglas. Wartet mal. Habt ihr alle das Gleiche? Geil. Dieses Fernglas? Das ist ein cooles Fernglas. Da, hier lang. Komm, folgt mir. Wir lassen alles zurück. Nehmt alle Ressourcen mit. Wir lassen G-Time zurück. Okay, 23 Meter von hier ist der Rebelleneingang. Der ist hier. Oh ja, ich habe ihn gefunden. Ja, wir möchten jetzt richtig auf. Reiner, reiner, reiner. Nein, wir sind Rebellen. Was laberst du? Oh, fuck. Wir chillen mit dir. Hallo, ey. Da greift uns an. Ja, hier ist ein Skelette. Oder? Nein, da gibt es ganz viele Skelette. Achso, die greifen die Skelette an. Oh mein Gott, die haben Blaster. Die haben Laserwaffen, die haben Blaster gegen Skelette. Ich mag doch nicht Laserwaffen. Ey, aber die schießen ihre... Warte mal, die schießen ihre... Die haben ihre eigene Basis kaputt geschossen. Ey, wir können das bauen, dieses Fernglas jetzt. Ja? Ja. Ja, krass. Ja, lass die Höhle gehen. Lass die Höhle gehen. Lass die Höhle gehen. Ja, irgendwie sieht deren Base gar nicht mal so fresh aus. Okay, krasse Rebells. Höhle. Die haben die Höhle drei Minuten vor uns gefunden und sagen, dass es deren Base ist. Boah, doch. Das ist krass. Nevermind. Okay, die sieht schon cool aus. Können wir hier die Rebellensachen abbauen? Ich hab mir ein Bett zugewiesen. Ich liege Bett. Oh, lass hinlegen bei den Rebellen. Lass alle bellen. Lass Rebellenpennen machen. Lass alle bellen. Warum liegen wir nicht? Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Auf der Seite, glaube ich. Ich drück's gleich wieder raus. Jo. Jo. Hey, ist sogar Palmen und alles. Oh, hier ist Übergang zwischen... Wir sind jetzt auf einer neuen Karte, ne? Komplett neue Karte? Ja, guck mal. Hä? Ist ja nix aufgedeckt. Das ist eine eigene Karte hier gerade. Oh, wow. Okay, das ist krass. Wir sehen das Sauersmap, glaube ich. Ah, geil. Max, guck mal mit deinem Fernglas. Ja. Das sind auch gegnerische Sachen. Ich kann Rebellenstützpunkte sehen. Und Gegnerstützpunkte. Aber wir sind doch Rebellen. Naja, Rebellen sind unsere, aber es gibt auch noch... Wir sind blau, aber es gibt auch rote. Dann lass zu Rebellen hin. Ja, das ist hier, glaube ich, einer, oder? Nein, hä? Aus dem Kommen wir. Ja, aber das ist einer. Da, hier ist noch eins. 180 Meter, kommt mit. Lass hin. Alter, okay, das ist es. Das haben wir gesucht. Geil. Der geht ja richtig ab. Oh, das ist so ein Bauplan. Rebellen Außenposten. Grasland Level 1. Wir haben es geschafft. Da ist Käpt'n Brava. So, das können wir jetzt geil leveln hier. Schutt wegräumen. Hier, wegmachen damit. Geil. Schön die Ressourcen reinsammeln. Mann. Aua. Auch weg, alles weg. Also hier bauen wir jetzt final unsere Base. Ja. Ja, ja. Hier alles abbauen, alles einsammeln. Wir haben ein Rezept für den E-11 bekommen. Was ist der E-11? Den Blaster von den Leuten. Oh, das könnte krass sein. Bauen wir die Balken. Nice. Starte mit dem Bauen. Alter. Laserzaun. Okay, krass. Das ist halt völlig neu schon. Boom. Ja, okay. Die Rebellen Farm ist fällig. Alter, sauber. Folgende Farm. Oh, yes. Der ist weg. C-4-3-S. Alter, yo, was knapp C-4-3-S. Ey, dicker. Ey, lass Moves mit ihm machen. Kann der Moves mit uns machen? Mach mal Moves, Bro. Alter, der kann auch was. Hüftpfeffer. Tu was. Ey, hier ist auch M-6 Jr. Haben wir schon eine Säge-Dings hier abgebaut? Noch nicht, machen wir. Boah, wer hat die Werkbank mitten in den Raum nicht an die Wand richtig scheiße platziert? Wow. Das war wohl ich. Ey, wir brauchen drei Schwerter. Rebellenwerkbank. Wow. Plastoid. Das ist die neue Ressource. Wo geht man hierher? Bitte, gib mir Waffe. Ich will schießen. Ich will an die Waffen. Ja, ich will auch so einen Blaster haben. In Lego, in Lego, in Lego, mach ich. Ich kann hier alles abbauen von den Dings. Wie sieht man denn die Baupläne hier von den... Plastoid. Oh, wo? Aber das hört so cool aus eigentlich. Ja, ich will es nicht kaputt haben. Ja, ne? Ich auch nicht. Aber ich muss jetzt hier eine Rebellenwerkbank hinklatschen. Rebellenwerkbank. Ich habe einen Blaster E-11. Und Makrofernglas. Wir brauchen Energiezelle und geschliffener Rubin. Oh Gott, das ist ja voll schwer, oder? Digga, das hört sich völlig an. Ich glaube, das ist ein Blastergewehr. Das ist, glaube ich, Late Game. Nein. Ähm, au. Geil. Um den stellen wir jetzt hier rein. Äh, nix. Ey, wir können uns das Dorf aufwerten. Geil. Oh mein Gott, das ist aufgewertet. Den brauchten wir. Verteiligen Rebellen außen, indem du Sturmtruppler besiegst. Was? Steht das da? Ja. Los, lass die jagen. Hä, wir sehen die doch auf dem Fernglas, Max. Diese Sturmdinger. Hier, 190 Meter. Ja, 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 aber wir können die Sturmtruppler doch nicht besiegen, weil wir keine Waffen haben, oder? Hä, wir können uns doch Waffen craften. Verteiligen Rebellen außen, indem du Sturmtruppler besiegst. Ja, okay, wollen wir da einfach hin und die verprügeln, ohne Waffen, ohne Waffen. Ich hab Dolch. Jagdolch für Knochen oder Kurzschwert, Holzstab. Also, die haben jetzt, wir gehen jetzt gegen Sturmtruppler, die haben Blaster, aber die schießen immer daneben, das weiß man ja. Und dann töten wir die mit dem Holzschwert. Oh, die hat die Waffe gebrochen. Ich hab seinen Blaster bekommen. Echt jetzt? Ja, ich hab den Blaster. Damit kannst du schießen. Ich komm zu euch, ich hab ein Holzschwert. Ich bring auch ein Holzschwert für euch mit. Ich hab den, würde ich mich nicht anlegen. Guck mal, Fabo. Da hast du grüßt. Können wir den nicht besiegen? Ich weiß nicht. Hier, guck mal, Marc. Der sieht gefährlich aus. Ja, da wird halt schon voll viel leben. Ja, schieß mal, schieß doch mal lieber nicht auf mich. Schieß auf den Grizzly. Zauber. Ja, haut ab, ja, haut ab, ja, haut ab. Ich lauf nach. Ja, der sieht nicht aus wie ein Grizzly. Hab ihn geschlagen. Zwei Damage. Draufhauen, draufhauen. Alter, blick, gut gemacht. Schieß, 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 schieß. Ich hab keine, die ist kaputt gegangen, die Waffe. Oh, nee. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat mir Turn-On gegeben. Okay, ist einfach weg. Ja, lass da hin. Hier, 130 Meter, lass da hin. Hier, hier, hier sind die, hier sind die. Alter, da ist ein Wookie, der uns hilft. Das ist, nee, das ist G-Time, geil. Oh, da ist die Waffe. Oh, ich bin hier auch unbedingt. Oh mein Gott, ich hab ne Waffe. Können wir hier rein? Autorisierungscode erforderlich. Wie kriegen wir den? Wo kriegen wir den Autorisierungscode her? Gibt's Laserschwerter? Ja, es gibt Laserschwerter später. Da ist übertrieben Alarm an. Hier vorne? Das geht hier gerade. Ich bin tot. Hier ist die Krabbe. Oh nein, aber das ist die Wüstenkrabbe. Die ist überstark. Oh, ich hieb die jetzt aus. Ah! Ich glaub, die Krabbe wandert es uns. Hier sind ganz viele verschiedene Krabben. Ah! Ich bin verstorben. Habt ihr Büstenkrabbe? Jo, so wichtig. Gut gespielt, Leute. Sehr, sehr gut gespielt. Okay, dann lass zurück, ja? Jo. Ich dachte echt zuerst, das Update ist nur so, ja, es gibt jetzt als Waffe zusätzlich irgendwie Laserschwert und so, das ist es. Das komplette Spiel ist anders. Ja. Durch die neue Basis, das ist geil. Vor allen Dingen eine komplett eigene Welt hat ja alles hier. Ja, 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 das ist krass. Guck mal, als wir hier eben herkamen, war hier nur Dreck und Scheiß und jetzt ist hier. Warte, ich mach ein paar Blumen, ich mach ein paar Blumen. Blum... Galaxis Lodge? Uh. Das war ganz schön teuer. Wir können upgraden, ich mach's, ich mach's. So schnell, Digga, du bist gut, Fabio. Du bist gut. Ey, wir brauchen noch mehr Betten. Ja? Wir müssen wieder die Dorfgemütlichkeit steigern. Mm-mm. Und ich brauch nochmal eine Kiste und dann... Jo. Ich will den Bunker, ich will schießen, ich will kämpfen. Oh mein Gott. Was? Was denn? Oh! Er hat Laserschwert. Trimek? Trimek ist Jedi. Digga, Trimek ist... Ich bin scheiß spooky Jedi. Na, wo kriegt man das her, wo kriegt man das her? Ich hab mit Käpt'n Barawa gesprochen. Käpt'n Barawa. Bro, ich will kämpfen. Kann ich damit auch Blasterschüsse abwehren? Warte, wir müssen alle einzelne diese Quest-Bälle machen. Ich hab noch nicht mal diesen Anfangs-Dialog mit ihr... Oh mein Gott, nein. Und das Beste, es geht nicht kaputt. Das geht nicht kaputt! Ja, ich hab das auch nicht. Okay, lass kämpfen. Die Macht ist nicht stark genug in Noriax. Darum gibt es für ihn auch kein Lichtschwert. Digga, ich hab so krass Midi-Chlorianer-Wert, Alter, dass die es nicht mehr aufnehmen können. Ihr checkt nicht. Lass mich einmal wenigstens halten. Im Außenposten findet ihr auch welche. Okay, lass da hin. Alter, das macht Elfer-Damage. Jetzt halte ich die Damage, um auch zurückgehen. Aber ich krieg keine Ressourcen dadurch, ne? Zeig mal. Ja, alles. Tür öffnen! Kommt schnell! Hier, wir müssen schnell machen, äh, Noriax. Ich hab mich schon reingelaufen. Nein. Ich übe ein bisschen mit dem Laserschwert. Digga, Wookie mit Laserschwert als Lego-Figur. Das ist alles, was ich mir nie gewünscht habe. Oh, wer macht hier Blitze? Digga, Geeta, wie machst du das? Was denn? Alter, hier sind Blitze. Ach, das ist Blitze, weil es Unwetter ist! Es ist Unwetter. Unwetter, schnell rein! Ich hab die Blitze gemacht! Ja, das sah so aus! Die man braucht für die Häuser und so. Hier kommen wir rein. Beitritt, kommt alle rein, alle rein, alle rein. Und dieses andere, dieses blaue. Was denn? Die Sandklaue? Okay, wir sind drin. Kommt rein, springt rein, springt rein, Freunde! Können wir das hier abbauen für Plastoid? Ja, baut das hier ab, Leute. Baut die ganzen Imperius-Außenposten ab. Mein Schwert ist gleich kaputt. Alles Plastoid. Glas kommt hier auch raus, krass. Ich bin schon tot. Ey, jetzt müsst ihr uns schnell helfen. Komm, hier kommen ganz schön viele... Aua, betont. Max, geh vor, du hast das Laserschwert. Kann ich die Schüssel von denen abwehren? Du bist der Ili. Los, du musst die töten. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Nicht, dass wir sterben. Hier ist ein Blaster. Die schießen. Ey, ich hab die am Waffen. Wichtig. Digga, ich schmetze mich hier komplett durch, die Arme. Kann man so kämpfen, dass man nicht den Alarm auslöst? Nee, ne? Weiß nicht. Nice. Ah, cool. Das können wir doch nicht abbauen. Das ist bestimmt neue Ressource, oder? Hinter uns, hinter uns! Der geht für irgendwas ein, die Sau. Da oben schießt jemand. Oh, das ist die Ressource, oder? Wollt ihr's kaputthauen, oder? Ja, viel kaputthauen, klar. Max, mach doch mal mit dem Leichtschwert, Digga, bitte. Da sind 50 Mann. Mann, warum wir eben wie ein Stein, Digga? Sind wir auf der Demo? Mach das auch gut, Digga. Das ist überhaupt nicht wie im Film. Ich bin gegen zwei Stormtroopers gestraubt. Ich hab'n scheiß Lichtschwert. Digga, der hat dich mit Stein getötet. Das ist überhaupt nicht so. Was denn, nimm das Lichtschwert? Digga, ich hab'n Lichtschwert, die werfen da mit Stein. Was du verloren hast, das ist ja schon wirklich hart. Der ist in der Imperiumstrap-Nahrungskette ganz unten. Er wirft da von hinten mit Stein. Ich mach das Upgrade. Tschüss. All das haben alle bekommen. Das ist mein Emote. Achso. Warte, wir müssen irgendwas bauen. Das Imperium, Stellschlag zu. Verteidige den Rebellen aus und poste, die du imperiale Offiziere besiegst. Hier. Überwachungsprotokoll. Okay, krass. Geiles Update auf jeden Fall. Ey Leute, wenn ihr zocken wollt, macht das gerne. Update kam gestern raus. Heute ist internationaler Star Wars Tag. Schönes Update. Du kannst Rebellenposten bauen. Neue Gegner, neue Kreaturen, neue Items, neue Waffen. Alles, viele Sachen neu. Denkt an unsere Creator-Codes bei der Strimax. Wie sind eure? Hab keinen. Fabo. Gamer's Time. Gamer's Time. Gamer's Time und Fabo. Gamer's Time hat keinen. Sehr gut. Schöne. Ja, Leute, Meinung, die Kommentare. Schaut bei den anderen dreien auch gerne vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Schön abgedreht. Tschüss. Schön abgedreht. Tschüss.